Ah, Baby, äh, Barbie, hallo, lass dich begrüßen hier. Ja, komm doch mal, auch dich doch mal, ja, ja, meine Liebste. Findest du mich eigentlich männlich? Ja, männlich, also wirklich, natürlich. Ich denke auch, ich bin sehr männlich. Meine Freunde sagen immer, ich bin der Inbegriff der Männlichkeit. Das stimmt. Hallo, ihr Kleideln, alls für dich, hallo, komm mal, hallo, 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 hallo. Auch meiner Toast sieht nix so schön aus an der Wäcke, na, na, na. Soll ich euch mal zeigen, was ist sonst noch so alles drauf? Ja, oh ja, oh ja, okay, 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 okay. So, okay, so, okay, so, okay, so, okay, so, okay, so, oh, jetzt, so, 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 so. Oh, Barbie, hallo. Ach, hallo, Kim. Wow, du siehst aber toll aus. Ja, das würde ich sagen. Wow. Stimmt. Gefällt mir besonders gut heute. Ja, aber du weißt doch, ich noch alles machen muss. Schminke. Das macht überhaupt nichts, meine Prinzessin. Nimm dir ruhig Zeit, das ist ja wichtig. Du musst sehr gut aussehen. Wunder toll. Siehe mal, dir das sagen. Ja, warte. Du bist mein pretty woman hier. Danke. Oh, pretty woman. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you. Ja, genau. Let's talk about all the good things. Let's talk about things that make me. Let's talk about sex. 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 Hey, Emanuelle. Emanuelle. Was macht ihr da? Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Was macht ihr da? Das hat euch wohl nie gedacht. Das gehört beste Freund. Bis zum nächsten Mal.